und da sind wir wieder wir sitzen im knast naja sitzen mehr oder weniger wir sollen ausschau halten nach dem typen der gegen uns aussagen soll immer noch und er soll hier irgendwo zwischen den gefangenen sein ich weiß aber nicht wo alle lebende aus dem stadion und wie kriege ich dich jetzt vom dach ist eine gute frage was passiert da ich muss ihn erreichen bevor sie ich will ich will ich will ich will ich will ich will aufzug aufzug also na toll wer ruft an wer stört schau doch mal da hauen sie ihn gerade akzeptiert bestechung alles voll da hinten da hinten müssen wir hacken dann versuchen wir nochmal daran zu kommen die körper haben doch gewarnt glaubst du wir machen dich nicht kalt so erreichen Hey, Fokus-Boost. Wow, das Ding haut rein. Ah, Kacke. Einmal wieder nicht aufgepasst, so ein Kack. Ah, jetzt wieder hier rein. Und dann die schicke Kamera dahinten. Wir wissen ja, die sind sauer auf ihn, warum auch immer. Das sind korrupte Bullen, da weiß man das nicht so genau. Oder ich hab grad nicht wirklich vernünftig aufgepasst. Wir wollen auch ihren Anteil haben. Ja, mit? Ich sag doch, ich frag ein Link. Okay. Wir sind der großen Wandel. Wir wollen reingelegen. Wir sind wegnecken. Wir sind wegnecken. Du hast ein Wandel auf den. So. Ohohohoho. Ah, ich will jetzt eigentlich nur in den Beinen schießen. So, reicht's. Ohohoho. Aha, aha, aha. Aha. So. So. So, zwei haben wir noch. Zwei haben wir noch. So. Nein, nicht, bitte, da drüben ist, ah, so. Was? Ähm, 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 ähm. Ah, Reload. Wuhu, schnell weg. Lauf, äh, ne, lauf. Alter, wie viel hält der Typ aus? Ah, ich drück wieder die, nein, aus der Deckung. Ähm, kann man die nicht irgendwie... Ah, warte, da kann man... Wuhu, ha, 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 ha. In mal Ecke? Ja, da kann man von draußen nicht, ne? Wuhu, ha, 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 ha. Ah, weg, 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 weg. Dann komm her. Was macht der da? Yeah. Ich brauche Verstärkung jetzt. Meh. Gibt es noch nicht. Ich habe Probleme. Über die Seite, los. Geh wieder in Deckung. Mhm. So, darum. Aber der Kopf reicht eigentlich, wenn man auf die Beine schießt. Das ist besser für den Ruf. Aber wenn es manchmal nicht anders geht, dann muss man da leider ein bisschen härter durchgreifen. Da kann ich so eine kleine Knarre mal mitnehmen. So. Wir haben jetzt verschiedene Waffen zur Auswahl. Was haben wir da? USV. Halbautomatische. Fokusboost. Was hat die noch? Ich kann mal nachladen. Nachladen. Nee. Gut, dann geht es einfach weiter. Wie es von uns gefordert wird. Das haben wir da unten. Mit großen Teile. Ähm. Können wir mit denen machen? Oh. Das hätte ich erst mal wissen müssen. Okay. Okay. Kennen wir uns? Was? Kennen wir uns? Nein. Ich hab dich nie gesehen, Mann. Mhm. Ja, das dachte ich mir. Also du... sitzt hier 60 Tage. Bei guter Führung bist du in 30 draußen. Kannst du das lesen? 60 Jahre? Was tust du denn, Mann? Ich zeig dir eine alternative Zukunft. Falls du deine Geschichte unbedingt den Bullen erzählen willst. Oder einen Deal mit ihm machst. Wir verstehen uns. Ich brauche eine Einheit in der Wäscherei. Wir haben den Kontakt verloren. Okay. Nimm dran. Ja, so einfach kann man Leute überzeugen. Jody. Erledigt. Fantastisch. Jetzt willst du schnell wieder da raus. Ich hab dir schon ein kleines Päckchen geschickt. Wohin? Oh, ich wirst sehen. In den Aufzug. Perfekt. Was für ein Outfit? Ah, natürlich. Gesichtserkennung fehlgeschlagen. So. Achtung an alle Einheiten. Der Verdächtige wurde gesichtet. Einsatzteam erbittet Verstärkung. Oh, oh. Ähm. Wo kann der Quatsch jetzt aufmachen? So. Jam kommts. Ach. Entriegeln. Und. Durch erleben wir wahrscheinlich höchstwahrscheinlich unser neues Wunder. Äh. Größt. Großes Wunder. Bräuchern die auch nicht. Sind doch eh schon alle da. Das können wir gebrauchen. Können wir nicht. Wow. Wo geht's denn hier raus? Einfach da lang. Wow. Einfach mal auf den Straßenballenlinien. Wohoho. Okay. Jetzt brauchen wir unbedingt einen Tunnel. Oh. Der ähnlich ist. Wow. Hahaha. Sorry. 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 Ah. Kacke. So wieder. Sorry. Ach. Mann. Ich hasse. Die Steuerung. Wuhuu. So. Ja. Nagelbänder. Witzig. Oh 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 oh. Ähm ähm ähm. Wo fahren wir ein bisschen? Ja. Du rammst mich. Ist da. Hier spricht die Polizei. Halten sie sofort an. Hey. Super. Fuck. Ein Treffer. Hm hm hm. Wo fahren wir dann? Wuhuu. Ach komm. Perfekt weiterfahren. Super. Wer hat hier hochgefahren? Ich. 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 Ach. Mann ey. Die sind immer so im Weg. Kacke. Wer hat die Volle ausgefahren? Halten sie an. Ich. Ich. Halten sie an. Hm 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 hm. Halt. Halten sie auf Fahrzeug an. Wuhuu. Wo. Wo lang? Wo lang? Wo lang? Wir müssen fliegen. Wir müssen fliegen. Huh 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 hug. Hol. Wuhuu. Hochschicke Farbe. So. Aber wir sind volle Geisterfahrer gerade. Das ist. Extrem doof. So. Ich würd ja gerne. Eine Ausfahrt nehmen. Und mich halt unter der rücke. Verstecken. Aber. Ich hab mich die falsche. Ausfahrt genommen. Ach. Kacke. Oder ein Tunnel. Ein Tunnel wäre auch super. An alle Einheiten. Eine Hochleistungspatrouille ist am Verdächtigen dran. Na toll. Ich klopf mal an. Ich klopf mal an. Auch eine nette Formulierung für den Sack. Den schnapp ich näher. Hoffentlich kommen die da nicht durch. Hier spricht die Polizei. Heißen Sie sofort an. Äh. Nö. Alter. Und wir haben kein Akku mehr. Nein. So. Wo ich jetzt hier ständig unter der Bahn hier gebleibe. Ja. Nicht schon wieder. Ne. Ne. Ich brauch was von vorne. Ich brauch was von vorne. Ich geh mit der Ampel. Yeah. Mist. Ach natürlich. Und dann wieder da vorne raus. Stufe 4 Verfolgung. Ast rein. Sind jetzt hier und schließen uns an. Hm. Das lohnt nie nach uns. Was? Wir brauchen CDOS-Zugang. Mit Priorität. Hmhm. Wow. Fuck. Irgendwo raus? Nein, nein, nein. Wir haben ihn im Auge. Ist besser als die Typen komplett zu erschießen. Und hör mal da durch, wuuuuh, wir wollen weg, wir wollen weg, what the heck, what the heck, what the heck, im besten Fall schaffe ich es hier raus. Na komm, na komm, na komm, oh, Gott sei Dank. Mein Plan hat echt funktioniert. Meine Identität ist sicher. Jetzt. Ich will den Verraten und nicht. Demian schwafelte von einem zweiten Hacker. Jemand der auch immer so war. Ich muss ja was finden, was Demian weiß. Hm. Akt 1 ist schade geworfen. Mission beendet. Na, super ist das, super ist das. Fortressbelohnung. Yay. Oh, da vorne ist so ein Zentrum. Aktion beendet. Familienmensch. Aha. Hm. Auf einen digitalen Trip. Ah, ich mach mal hier. Geld. 420. Ah, kann man machen. Kann Verstärkung rufen. Schlecht. Ich würde gerne eine Kamera haben. Hat ein ganzer Turm. Mh, 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 mh. Keine Abfindung. Das Geld wird knapp werden. Die Geschäftsführer sind doch alle voll Idioten. Reine Sauerstoffverschwendung. Du hast sie nie gemocht. Das Kündigungsgespräch war toll. Sie haben alle gesagt, reiß keine Brücken ein. Bleib bloß höflich. Blablabla. Scheiß drauf. Ich hab's ihnen gegeben. Ach. Wurscht. So. Bis jetzt versteckte Kamera. So. War mein. Ne. Mit strengen kann ich nichts anfangen. Elite. Ey. Jetzt schon verschiedene Stufen. Haben wir hier oben eine Kamera? Oh. Ach. So. Hacken sie den CDUS Server. Ich möchte das. Dann muss ich jetzt mal da hinten hin. Das ist. So. Dreh dich mal um. Nein. Nicht da hin. Kacke. Eine Demokratie. Heute Überwachung. Morgensensur. Wo soll das enden? Ja. Äh. Ja. Aktivisten. Ah. Danke. So. Meine Privatsphäre steht nicht zum Verkauf. Ah. Immer diese Aktivisten. So. Bleib bitte da. Bleib bitte da. Bleib bitte da. Werden wir von der eigenen Regierung betrachtet? Ja. Natürlich. Das wären wir doch alle. Ich kann Verstärkung rufen. Oh. Ja. Meine Wohnung. Geht das. Sieht auf. Das sind unsere Läder. Wieder mit dem. Hm. 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 Das können wir mal versuchen. Den schicken Knarre hier. Uhuh. 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 Da drüben. Ohoh. Uhuh. Uhuh. So. ist natürlich auch hat keiner wenn da ein fenster zu bruch geht oder so nein das kommt mir komisch vor alles klar wir laden nach jetzt hier um ecke da am ecke hier an ecke und so fenster läden ach so okay nehmen wir mitnehmen alles mit ach oder was mal eben schnell so wir haben zeit limit wo fängt es an da fängt es an da muss von der seite der geht darum dann muss auch von zwei seiten oh warte mal mhm mhm Ja, das lief dann auch mehr suboptimal. Ähm, machen wir doch mal. Scheiße. So, Mad Mile hier nochmal. Ach, guck mal, da können wir auch. Gut, gucken wir mal im nächsten Part nochmal. Äh, ich sag wie immer, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.